Die Energiefelder stören meine Kommunikation nicht länger mit elektronischen Energien. Die Energiefelder stören meine Kommunikation nicht länger mit elektronischen Energien. Die Energiefelder stören meine Kommunikation nicht länger mit elektronischen Energien. Hast du noch Blei für mich, Russ? Die Energiefelder stören meine Kommunikation nicht länger mit elektronischen Energien. Komm schon Stimme, hilf mir! Die Energiefelder stören meine Kommunikation nicht mehr. Das ist kein Super! Das ist kein Super! Was ist das? 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 So. 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 Er ist aus dem Nichts gekommen!